Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Siedlerfreunde zu die Siedler 6, Aufstecker eines Königreichs. Ja, wir sind in der Mission, in der zweiten Westhol-Mission. Wurden aus unserem eigenen Schloss vertrieben. Wir müssen jetzt zum einen gucken, dass wir einen Dieb einschleusen in die Burg. Die Siedler ist unsere Feinde, die Siedler sind unsere Feinde, wir haben jede Menge Feinde. Wir sollten aber erstmal gucken, dass wir hier alles weiter fertig ausbauen, was wir zum Ausbauen haben. Und ja, für Honig wird gesorgt, das heißt wir bräuchten jetzt als nächstes Wirtshäuser. Wirtshäuser habe ich nämlich noch keine, dafür habe ich glaube ich aber schon Honig, oder? Ja, gut, Wirtshäuser. Ein Wirtshaus hier. Ja, Steinbruch müssen wir nicht ausbauen, der ist schon ausgebaut, gut. Und ja, hier gucken, dass wir an die Steine rankommen. Dazu müssen wir allerdings das Räuberlager auseinandernehmen. Ich glaube, das ist so das Erste, was ich machen werde jetzt. Mit ausreichend Truppen natürlich. So, die Tavernen vergrößern. Du bist auf maximaler Größe, ist auch alles in Ordnung. Könnte Tore da mal wieder zum Hafen schicken. Schon unterwegs! Der Hafen hat, ja, Sender für mich. Und ne Gaukeler hätten sie auch noch. So, und ich glaube, wir haben dann langsam genug Truppen. Also ja, hier war jetzt ein Trupp noch vielleicht. Ne, können wir nicht. Wir müssen erst die Burg ausbauen. Wir müssen sowieso die Burg ausbauen. Ja, wir brauchen dringend einen Stein, um die Burg auszubauen. Oh, den Steinbruch bitte ich aber, die Dings ausbauen. Ja, geht gerade so. Ich habe nämlich ja da doch einen Steinbruch. Und ja, beim Hafen kann ich gerade nichts kaufen. Ne, auch gut. Jawohl! So, den Dieb mal... ...losschicken. Da kommt wieder Holz. Aber wenig Holz. Ja, und... Deine Eisenmine wird bald erschöpft sein! Ja, unser Eisen könnte auch noch so zum Pläbchen werden. Die einzige andere Eisenmine ist nämlich hier unten, das sehe ich gerade. Hier, die zwei. Wobei Eisen sollten wir doch mehr als genug erst mal haben. Ja, ich würde gerne das Ding ausbauen. Und ja, den Dieb in die Burg schicken. Ja, das könnte lustig werden. Beschützt dies! Und ja, hier, das sieht eigentlich so aus, als ob da eine Exekution stattfinden soll. Wenn ich mich noch richtig erinnere, muss ich sogar einen meiner Ritter vor der Exekution retten. Ah, du bist ausgebaut. Euch beide wieder, beide noch weiter ausbauen. Oh, Katapulte. Wie ihr befehlt. So gut wie erledigt. Okay, die kommen hier hoch. Wie ihr befehlt. Also warten wir, bis sie wieder unten weg sind. Ja. Sofort. Wie ihr befehlt. So, gibt's noch einen anderen Eingang außer dem hier. Wie ihr wünscht. Also ja, der Norden sieht da am besten aus zum Durchkommen. Wie ihr wünscht. So gut wie erledigt. Wie ihr wünscht. Natürlich. Auf der Stelle. Sofort. Auf dem Weg. Sofort. So, er kommt schon weiter hoch. Sofort. Auf der Stelle. So, jetzt dürften wir ihn wieder rausschicken können, bevor die Soldaten kommen und ihn abmurksen. Wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. Und die Burg ausbauen. Und mehr Druck. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Verstanden. Ja, hier gibt es jede Menge Holz und sonst nichts. Aber ich sollte Thor-Dahl das Territorium auch einnehmen lassen. Dann haben wir nämlich besseren Ausblick. Oh, und die Jägerhütte noch ausbauen. Oh. Und... Schon unterwegs. Ja, gut. Jawohl. Verstanden. Jawohl. Thor-Dahl erstmal befördern. Wie viele Truppen können wir jetzt mehr ausbilden? Genug. Genug. Habt Dank dafür, mir diesen Titel zu gewähren. So. Schon unterwegs. Verstanden. Du musst zu unserer Burg. Auf der Stelle. Ich habe übrigens niemanden, dem ich Zeug verkaufen kann. Das heißt, wenn ich Überschüsse von irgendwas habe, muss ich sie einfach weckschmeißen. Aber jetzt eh erstmal neue Gebäude errichten. Nämlich zwei Badehäuser. Und am besten noch eine dritte Taverne. Eine Eisenmine ist erschöpft. Das war unser Eisen. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wie ihr seid? Wie ihr seid? Ja, jetzt als nächstes auf Steinhalt warten, das wir da zumachen können. So, Tordal kriegt eine Eskorte. Und dann nehmen wir uns jetzt mit geballter Macht die... Ich weiß, wie man die Leute unterhält. Die Gegner hier vor. Ei. Jawohl. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Alles klar. Angriff. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Dann reißen wir das Ding ab. So. Vorwärts! Wir haben ein Terridorium eingenommen. Stirnt los! Wie ihr wünscht! Vorwärts! In den Kampf! Zum Angriff! Eigentlich habe ich gehofft, dass das Baditen-Lager abbrennen würde. Wie ihr wünscht! Tut es aber wohl nicht. Wie ihr wünscht! So. Holen wir uns zwei Trupps neue Schwertkämpfer. Haltet die Augen offen! Tja, das Gebiet nehme ich auch ein, um hier an den Stein zu kommen. Obwohl wir haben zwei Steinbrüche, also brauche ich das nicht unbedingt. Wie ihr wünscht. Zieht ihr euch mal zum Außenpost zurück. Genau, ich brauche die Steine jetzt eher, um hier dicht machen zu können. So. Äh. Ne, so will ich das nicht unbedingt. Kann ich hier einfach zumachen? Ja, kann ich. Kann ich nämlich... Das Lagerhaus ist voll! Das Lagerhaus vielleicht mal ausbauen wäre eine kleine schlechte Idee. Das kostet allerdings noch mehr Steinchen. Äh. Ich sollte lieber vielleicht mal die Gebäude hier upgraden. Wir werden angegriffen! Und da fangen sie schon an, ihre Truppen zu regenerieren. Schon unterwegs! So. Z-Abfackeln. Bitte. Auf euren Befehl! Äh, ja. Okay, das kann ich so zumachen. Das ist gut. Ich könnte auch hier zumachen. Dann wäre allerdings mein Steinbruch geschützt. Ne, ich mache schon hier zu. So. Äh, ich möchte gerne das Operat wählen und... So wie es nicht passt. Sehr schön. Ja, mein Steinbruch und das Ding werden um... der Außenposten werden umgeschützt. Und das Ding werden um... sagen, ich möchte das Ding. So. Und das Ding.